So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich hole bei Tarana, Lara Croft, Rebirth Raven, Killerküken oder Colby Informationen. Also ganz simpel, ich habe es so gemacht, ich bin hier zu Lara Croft, bin hier rüber zu Raven und hier bei Risky Wheels findet mir den lieben Colby, wie ihr seht. Und dann geht ihr ganz einfach hin, sprecht ihn an, geht hier unten links zur Despire, dann auf Fortfahren, Fortfahren und zack. Oben links seht ihr es, Aufgabe ist abgeschlossen, 30.000 XP, ganz easy. Wenn ihr mir dafür gerne natürlich ein Like da lassen wollt oder ein Abo, würde ich mich natürlich sehr freuen. Erstmal danke für den ganzen Support von allen anderen Abonnenten, die immer wieder kommentieren. Auch wenn sie die Aufgaben schon gemacht haben, Grüße gehen ja wirklich an jeden Einzelnen raus. Und wenn du Bock hast auf Custom Games, komm gerne einfach mal am Livestream vorbei. Wir haben auch so eine kleine Bestenliste, sage ich jetzt einfach mal. Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und ich setze mich natürlich jetzt auch an die nächste Aufgabe, euch noch viel Spaß und haut rein.